Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgit's Musikstunde. Heute spielen wir das bekannte Lied Bald grasig am Neckar. Es steht im Dreivierteltakt und wird zuerst begleitet von zwei Tonakkorden, danach spielen wir es eine Oktave höher in der rechten Hand und die linke Hand spielt mit einem Begleitmuster. Spiegt Mensch? Auf geht's an die Tasten!